Achso, ja. Erstmal bitte. Nummer 1 haben wir nicht bekommen. Maaan! Leute, was ist denn los mit euch? Den ersten hätten wir mal. Wunderbar. Wunderbar. Haben wir den gekriegt? Ich hab das nämlich nicht gehört. Drei Stück fehlen auf jeden Fall noch. Jetzt nur noch zwei. Du bist ja weg. Jetzt zieh ich ihn nicht mehr. Da. Wunderbar. 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 Das ist ja gut zu wissen. Wahnsinn. Du bist ein richtig guter U-Boot-Fahrer. Nimm doch dieses Ei hier als Belohnung. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass es noch eine Stufe gibt davon. Ethel oder Ethel oder Ethel. Keine Ahnung. Und nie gehört den Namen. Ich bitte dich nicht gern schon wieder um Hilfe, aber da sind noch mehr U-Boote, die wie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Wenn du sie wegpusten könntest, könnte ich in diesem Säuresee wieder schwimmen gehen. Na gut. Warum soll ich mich denn beeilen? War das Dreieck? Irgendwas war da mit Dreieck. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall einer mehr jetzt. Haben die nicht irgendwas abgeschmissen? Was? Hatte ich kein Dings mehr oder ist in die Instant? Ja, ja, ja. Okay, dann muss ich aufpassen. Aufpassen. Ich glaube, das passiert hier immer. Dass dann halt diese eine Edelsteine noch mal da rauskommt. Mann! Stirb! Ich hab dich so hart im Visier, ne? Und das macht einfach nicht ding ding ding. Wunderbar. Nummer zwei. So, dann düsen wir mal hier durch. Können wir aber noch einen finden, der sich hier versteckt hat. Oh, da sind drei Stück. Das war schon mal easy und leichtes Futter. Dem kommen wir mal entgegen. Dann hab ich schon wieder rumgedreht. Ah, das ist der Mast hier. Der Weg ist... Okay, drei Stück noch. Da oben weiß einer. Riech ich doch. Jetzt ist er weg. Dann gehen wir mal hier. Düsen wir mal hier durch. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Düsen wir den mal hinterher. Weil er hat jetzt hier nichts fallen lassen. Nicht? Ficken. Das war gut. Warum ist der andere? Du bist doch hier rum. Hallo? Hallo? Ich muss weiter außen düsen. Oh Mann, mein Gott. Das ist echt ätzend. Da braucht man null Skill für und das dauert halt eh nicht viele Ewigkeiten. Weil die paar Minen, die sie da abschneisen, die können auch super ausweichen. Nein! Nein! Das gibt es nicht. Danke schön. So, jetzt haben wir nur noch den einen. Der irgendwo, glaub ich, hier oben rumschlägt. Eieiei. So, wo bist du? Da, da hab ich was gesehen. Da. Da. Das war glück, dass der sie den auch angesillt hat. Ja, was Besseres. Dolores. Okay, dann können wir jetzt hier rein. Ich hoffe mal, ich habe den einen fetten Edelstein hier unten kaputt gemacht. Und dann! Wir müssen auf jeden Fall immer auf unsere Leiste da drüben achten. Weil sonst sind wir tot. Woolle! Oh, oh, oh! Uiuiuiui, uaaah, uaaah, knappt, oh! So, hier lag unten noch einer, da waren zweier. Das Grüne sieht man hier echt nicht gut, aber ich mein, hier wäre nur ein Roter gewesen. Oh oh. Ich hab gar nicht mehr drauf geachtet. Eieieieiei. Äh, Sparks, hallo? Soffen oder was? Oha, das hat sich lustig angefört. Ja, da vorne hab ich auch immer blinken sehen. Ne, da war nur Spürges. So, was ist hier noch was? Nein. Nun zeigt er mir das eigentlich nicht hier an, weil hier muss ja noch was sein. Ach so. Stimmt, okay. Ich dachte wir wären woanders. Gut, dann wäre das auch erledigt. Dann kommt jetzt das super tolle. Ich liebe es. Aber kommen wir nicht drum rum, ne? So. Dann gehen wir erst mal rechts rum. So. 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 Normal. Niesmal links rum. Ach, gibt es gar nichts. Gut, dann gehen wir wieder rechts rum. Nicht mal nix mehr. Da war ich schon... Okay, hier sind wir fertig. Oh, guck mal einer an. Shit! Swap! Da ist nix mehr. Wo kommt man denn jetzt hier hin? Ach, das ist... Ah! Das ist das, wo ich mich eben gewundert habe. Weil das ist... Aber das ist ja klar, ne? Okay. Dann... Müssen wir jetzt... Müssen wir uns das von hier klauen und hier hinten weiter benutzen. Hier waren wir schon. Ne, hier waren wir gar nicht. Ich habe gelogen. So, haben wir jetzt hier noch Edelsteine irgendwo? Ja, leider schon. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo das ist. Die fliegen? Hier, sagst du. Ja, da ist sogar was. Gut, dann können wir dann... Und den Mopsen... Ah, da kommt man. Okay. Dann direkt nach rechts. Da haben wir es doch. Okay, wir haben alles. Ja, dann gucken wir gerade noch mal in den Atlas rein. Das geht hier gegen die Rhinoxe. Und das andere Ei ist auch da in dem Level. Und die letzten 89 Edelsteine werden wohl auch noch da sein. Gut, dann können wir... äh, das Level eigentlich verlassen. So. Hallo. Ich dachte, du wärst vielleicht hungrig. Danke. Hast du Pommes mitgebracht? Tut mir leid, was passiert ist, aber... Ich hatte versucht, euch zu warnen. Ich musste Spyro helfen, die Eier zu retten. Du verstehst nicht. Wenn wir die Drachen nicht in diese Welt zurückbringen, verlieren wir all unsere Zauberkraft. Die Drachen lebten früher hier? Ja. Dies war ihre alte Heimat. Aber vor langer Zeit verbannte die Zauberin sie und zwang sie, auf der anderen Seite der Welt zu bleiben. Sie wusste nicht, dass die Drachen die Quelle unserer Kraft waren. Vielleicht könnte ich die Drachen überzeugen, zurückzukommen. Und wenn du mich gehen lässt? Tut mir leid, ich kann nicht. Okay. Äh, ich hab jetzt eigentlich gehofft, dass wir dann doch Jäger zurückkriegen. Gut, dann müssen wir jetzt hier eigentlich alle Level haben. Außer das Sparks-Level und die Feuerwerksfabrik. Genau. Gut, dann würde ich hier gerade Pause machen und versuchen, den Speicherstand zu kopieren. Ähm, und, äh, jo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich danach nochmal aufnehme, aber das ist ja euch eh egal. Weil ihr seht das ja eh alles nicht am Stück. Ähm, gut. Dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!